Wer ist Sarah Ferguson? Ihr Alter, ihr Vermögen und wo sie jetzt ist. Die Herzogin von York ist erneut in den Schlagzeilen, nachdem kurz nach einer Mastectomy Hautkrebs diagnostiziert wurde. Sarah Ferguson ist erneut in den Schlagzeilen, nachdem bekannt wurde, dass bei ihr nur wenige Monate nach einer Mastectomy Hautkrebs diagnostiziert wurde. Die 1959 geborene Schauspielerin erlangte Berühmtheit, nachdem sie 1985 Prinz Andrew geheiratet und ein arbeitendes Mitglied der königlichen Familie geworden war. Von den Medien als Fergie bezeichnet, wuchs sie in Doma, Hampshire, auf und arbeitete für eine PR-Firma und dann für einen Verlag, bevor sie den Herzog von York heiratete. Das Paar kannte sich seit ihrer Kindheit. Sie heirateten am 23. Juli 1986 und bekamen zwei Kinder, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, geboren 1988 bzw. beziehungsweise 1990.Ehe-Probleme.Doch Jahre später geriet die Ehe von Andrew und Fergie ins Wanken, da die Herzogin Schwierigkeiten hatte, sich an das Leben in der königlichen Familie zu gewöhnen, und der Herzog während seines Dienstes in der Marine längere Zeit von zu Hause Weg war. Das Paar trennte sich 1992, als ihre Ehegegenstand großer Medienberichterstattung wurde. Sie ließen sich 1996 scheiden, im selben Jahr wie Charles und Diana, Prinzessin von Wales. Seitdem war sie immer wieder im königlichen Leben unterwegs und entwickelte ihre Karriere in den Medien. Oft wurde sie mit ihren Töchtern gesehen und nahm manchmal an königlichen Veranstaltungen teil. Trotz der Trennung von Prinz Andrew gab es immer Hinweise auf ein zukünftiges Wiedersehen, die Herzogin blieb beim Herzog, wenn sie Königin Elisabeth II. In Belmoral besuchte Punkt am auffälligsten ist, dass sie standhaft an der Seite von Prinz Andrew geblieben ist, als dieser wegen seiner umstrittenen Verbindung mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in einen Skandal verwickelt wurde. Für ein geschiedenes Paar ungewöhnlich, leben sie immer noch zusammen in der Royal Lodge und bleiben enge Freunde. Am Weihnachtstag traf sie sich mit dem Rest der königlichen Familie zum festlichen Gottesdienst in Sandringam. Medienkarriere.Die Herzogin hat eine abwechslungsreiche Karriere in den Medien hinter sich, in der sie publizierte und öffentliche Reden hielt, eine Reihe von Kinderbüchern schrieb und in den letzten Jahren sogar die ITV-Tagessendung This Morning moderierte. Sie war Co-Produzentin und Moderatorin mehrerer Fernsehdokumentationen sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den Vereinigten Staaten. Sie hat auch einen Podcast mit dem Titel TN Talks with the Duchess and Sarah gestartet, in dem sie mutig über ihre Brustkrebsdiagnose sprach. Im Jahr 2023 schätzten Kommentatoren das Nettovermögen der 64-Jährigen auf eine Million Pfund, doch die Herzogin ist auch für ihre engagierte Wohltätigkeitsarbeit bekannt. Zu den Organisationen, für die sie sich eingesetzt hat und deren Schirmherren sie war, gehören der Teenage Cancer Trust, Mental Disability Rights International und die Motor Neurone Disease Association, um nur einige zu nennen. Gesundheitsängste. Die neuesten Nachrichten über ihren Gesundheitszustand kommen zu einem schwierigen Zeitpunkt für sie und die königliche Familie. Nur sechs Monate zuvor hatte sie eine Mastektomie, bei der ihr Mutter Male unmittelbar nach der Operation entfernt wurden. Sie wurden während ihrer Behandlung analysiert und führten zu einer Diagnose, die die Herzogin laut ihrem Sprecher als beunruhigend empfand. Typisch für ihren Wahlkampfstil war, dass sie in ihrer ersten Stellungnahme zur Krankheit die Menschen aufforderte, ihre Haut zu untersuchen, bevor es zu spät ist. Das Land hat gerade erst von einem doppelten gesundheitlichen Schlag für die königliche Familie erfahren, da sich Prinzessin Kate Anfang dieser Woche einer Bauchoperation unterziehen musste. Sie befindet sich nach ihrer Behandlung immer noch in der London Clinic. Es wurde außerdem bekannt gegeben, dass König Charles nächste Woche wegen einer gutartigen Prostatärkrankung ins Krankenhaus muss. Die Herzogin von York hat zuweilen Kontroversen hervorgerufen und war aus den falschen Gründen in die Schlagzeilen geraten, doch während ihr jüngster Kampf um die Gesundheit beginnt, werden ihr wahrscheinlich selbst überzeugte Kritiker der königlichen Familie eine baldige Genesung wünschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020